Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Hier zeige ich euch die Running Darm Laufshort von Nike. Diese Laufhose sorgt dank ihres stylischen Aussehens und der 2 in 1 Kombination aus integrierter Laufzeit und Laufshort für einen funktionellen Hingucker. Diese Short verfügt über einen elastischen Taillenbund mit innenliegenden Kordelzug. Durch den Elastananteil und den scheuerarmen Nähten sorgt die Short für einen optimalen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Für zusätzliche Belüftung sorgt der Materialmix an den Oberschenkeln. Besonders praktisch ist die auf der Rückseite befindliche Reißverschlusstasche. Diese ist im Inneren mit einer Membran versehen, damit die mitgeführten Gegenstände vor Körperfeuchtigkeit geschützt werden. Somit wird diese luftig leichte 2 in 1 Short von Nike zum idealen Begleiter im Fitnessstudio oder auf der sonnigen Laufstrecke draußen. Wenn ihr euch für diese luftige Laufshort von Nike interessiert, besucht eine unserer Runners Point Filialen oder bestellt sie gleich hier bei www.runnerspoint.com. Untertitelung des ZDF für funk, 2017